So, ich war gerade einkaufen mit der Lüthi und da habe ich auch bei Sparreiswaffeln gefunden, jawollo. Noch mehr Mandelnut, meine Mandelmilch, ne, die ist sau teuer jetzt wieder geworden, die kostet jetzt wieder 300 Fr mehr, ne, ja, 300 Fr mehr, die sind bescheuert, ne. Ja, ich schneide mal auf, wartest du die? Ich habe die Schere verbummelt, müsst ihr jetzt aufbeißen, da ist sie, da ist sie, ja, mit ihr nicht so lange warten müsst ihr, ja, 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 ja. Ja, 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 ich mache ja auf, hm, so, ja, es schnüffelt schon gut, ne, die armen Schweinchen, ich sehe Ohren, ja, ja, da dackelt der Große schon mal ab, dann dackelt der Kleine schon mal ab, hier. Und für die Stella auch, ja, ah, und da, so, guck mal, wer da so brav wartet, ist er fein? Ja, kennst du nicht erst mal fallen lassen, ne, ja, aber jetzt geht's ab, ne, ja, ja, für euch habe ich tonnenweise, du brauchst aus dem Päckchen nichts, ich habe für dich ganz viel und hast gerade erst gegessen, ne, hm, mit dem Ducky zusammen, ne, hm. Ja, die Sonne scheint, das ist schön für euch, ne, ja, das gibt's doch gar nicht, wo willst du denn essen, was legst du denn dein Leckerli wieder da drauf, hm? Wogegen willst du das denn tauschen? Du auch? Du sollst mir das nicht wiedergeben, wie sollst du das nicht wiedergeben, hm? Wo willst du denn hin, Stella, was machst du denn da? Da tu ich den Brief, aber mal schnell weg, wenn du hier rumkletterst, hm? Ja, Stella, jetzt legst du dein Öhrchen da hin, hm? Ach, guck mal da, Kinder, so, was für Riesensachen, das ist wieder, ne, ja, das habt ihr vorhin auch gekriegt, ne, als ich losgebraust bin, ne, als Trösterchen dafür, ne, dass ich weg bin, ne, ein Riesensack ist ja irre, das ist ja ein Riesensack, na, da habt ihr aber lange was zu beißen, und ich sehe noch mehr Bälle, ich werde verrückt. In den Sommer sind die geil, ne, wenn ich hier 3000 Löwenzahn hab, ne, ne, die heben auf den Winter auf, ne, im Winter sind die super. Boah, guck mal hier, so viele Bälle. Oh, danke. Hier, Kalli, wo hast du denn deins? Hier, Kalli, wo hast du denn deins? Sollen wir das mal suchen gehen? Wogegen willst du deins denn tauschen, Stili? Ja, dann ess du mal im Karton. Du bist bekloppt.